Ja, also letzte Woche gegen Wolfenbüttel haben wir ja den zweiten Heimsieg gefeiert. Jetzt gilt es quasi diesen Trend zu bestätigen und mit dem Spiel gegen Iserlohn endlich auf eine ausgeglichene Bilanz zu kommen. Samstag wird es genauso ein Kraftakt wie beim Heimspiel gegen die Iserlohn Kangaroos. Also kommt vorbei und unterstützt uns dabei.